In jedem von uns steckt das Potenzial zu einem glücklichen, erfüllten Leben. Um das zu erreichen, ist oft eine deutliche Bewusstseinsveränderung nötig. Seit vielen Jahren begleitet Michaela Grosser erfolgreich Menschen, die lebendiges Wachstum und Entwicklung im Leben suchen. Egal ob beruflich oder privat. Also das Besondere an meiner Arbeit ist, dass es nicht bei einer Erkenntnis bleibt. Die Erfahrung zeigt, dass viele in einer Erkenntnis hängenbleiben, warum sind sie so, warum stehen sie da, wieso ist es so und so weiter und so fort. Mein Coaching beginnt genau hier, nämlich was mache ich denn jetzt mit der Erkenntnis? Selbstständige, Unternehmer, Führungskräfte und Privatpersonen wenden sich an Michaela Grosser, weil sie sich selbst, ihr Team oder ihr Unternehmen optimal fördern wollen. Mit ihrem Potenzial-Coaching ermöglicht sie schnelle Klarheit und öffnet damit neue Wege zu einer besseren Lebensqualität. Du wirst klarer sehen, du wirst dich besser fühlen, du wirst erfolgreicher sein und du wirst dein Leben selbstständig und selbstbestimmt leben. Du wirst nicht mehr fremdgesteuert sein von den Umständen, deinem Alltag oder was immer dafür verantwortlich ist. Du wirst am Steuer sein und du wirst das leben, was dich, nur dich ausmacht. Besonders wichtig ist Michaela Grosser die Chemie zum Klienten. Ihre geschulte Wahrnehmung ermöglicht ihr, eine bemerkenswerte Verbindung aufzubauen. Sie bleibt immer nahe dran. Und das macht ihr mental-emotionales Coaching so erfolgreich. Mit ihrer multiplen Kompetenz und außergewöhnlichen Empathie verhilft sie ihren Klienten zu schnellen, gewinnbringenden Ergebnissen. Und was wir machen, wir entkoppeln die Emotion, die auf der Information liegt. Wir nehmen das weg, die Emotion. Und wir geben dieser Information eine neue Emotion. Und dann bist du so gelöst und so befreit, dann kannst du neu wählen. Was will ich wirklich im Leben? War das schon alles? Wie kann ich meine Partnerschaft neu beleben? Was ist wahres Lebensglück? Antworten auf diese Fragen lassen sich im Dialog mit Michaela Grosser finden. Also da wird nicht viel drum herum geredet, sondern sehr, sehr fokussiert. Ich weiß hundertprozentig, ich kriege in dem Gespräch mit Michaela eine Antwort auf meine Frage. Die Nachhaltigkeit finde ich so hervorragend bei dieser Arbeit von der Michaela. Und man kommt gleich ins Gespräch und die Angst verfliegt. Durch die Ausstellungsarbeit mit der Michaela hat sich sehr viel bei mir zum Positiven verändert. Angefangen vom Verhältnis zu meinen Eltern bis zum Verhältnis zum Vater meines Sohnes. Und auch meine finanzielle Situation hat sich entspannt. Wenn sie mehr vom Leben wollen, machen sie sich jetzt auf den Weg. Michaela Grosser unterstützt sie dabei, ihre Ziele selbstbestimmt zu verwirklichen. Vielen Dank.